Und somit servus zurück zu Battlefield 4. Ich wollte eigentlich sagen, ich musste die Aufnahmeleitung nochmal neu starten, weil das ganze Bild hat sich so verruckelt, damit ich da nichts nehmen konnte. Es ist immer wieder zurück gesprungen und somit muss ich jetzt nochmal von vorne aufnehmen. Was ich annehmen werde, ist nochmal der Schauschützgewehr, weil das war eigentlich relativ cool. Die Scar kann man glaube ich lassen. Ich glaube, die war gar nicht so schlecht. Ja, kann man lassen eigentlich. Da nehmen wir das noch. Ah, okay, gut. Gut zu wissen. So, erstmal in Deckung. Okay, erstmal in Deckung gehen. Das letzte Mal bin ich hier einmal gestorben, weil die werfen Granaten ohne Ende. Das ist so nervig. Aua. Ne, wie da unten. Keiner weg. So, zweiter weg. Dritter weg. Äh, X ist der Flödenknie. Der ist auch weg. Jo, ich weiß. Ich bin nur da oben, ich sag mal, ein Scharfschutz hätte er täuscht. Da oben kommst du. Na, er hat erwischt. Na, er hat erwischt. So, den haben wir jetzt erwischt. Oh. Werden wir geblankt worden sind, haben wir ihn noch erwischt. Das ist ja immer gut gezielt. Gut gezielt. Na, komm, Köpfchen. Na, total verfehlt. Den haben wir. Den haben wir. Den haben wir. So. Da laden wir nach. Haben wir den Panzer erwischt? Äh, den Panzer. Den Ueli. Ja, wir haben ihn erwischt. So, bin ich halb tot. Aber gut. Huch. Aber wir haben ihn erwischt. Aua. So, den haben wir. Den haben wir. Oh, da oben ist da einer. So, noch ein Schuss. Wow. Okay, gut. Wir haben ihn. Ich glaube, da oben sollte befriedet sein. Okay, sind unsere Kameraden auf Wunderschöne. Scheiße, wegbleiben! So. Geht er. Die war haltig gut. Kann man nicht sagen, aber ich schütze mich das ein. Ich sehe da oben da noch keinen. Okay, Gott. Ich weiß, wir können da vorne rein. Wow, wow. So. Wow, wow. Keine Invasion. So, den haben wir. Jetzt wechseln wir mal auf das hier. Weil ich weiß. So. Wow. Das war knapp, das war knapp. Ich weiß, da oben sind die. Freunde. So. Wir gehen hoch. Wow. Da will ich einmal nur kurz Muni aufladen, dann schießt der von der oben einmal runter, oder? So, von wo kam das? Seh ich nicht von oben wieder. Schlimm. Na gut. Oh Gott. Ich will dasselbe sprechen. Shit. Hier rein. So. So. Den haben wir. So. Da oben sind doch alle. Ja, da oben. So. Komm. Komm. Leg dich schlafen. Ja. Okay, gut. Dann gehen wir da mal hoch. Boah. Das ist auch noch Munition. So. Den haben wir. Nachladen. Nicht vergessen. So. Extra Freunde. Au. Au. Tot. Ah, da oben auch noch einer. Ja. Weil echt jetzt fast zum Explodieren bringen. Hihi. Ja. Das fast zum Explodieren bringen. Jetzt haben wir eine Idee. So machen wir das. So richtig böse. Gut. Wir spritten hier davor. Wir spritten hier vor. Da schießen wir drauf. Der ist auch eliminiert. Ist da nicht auch noch einer? So. Wir gehen da hoch. Oh. Das war nicht so gut. So. Dann können wir auch laden. Wieder abhauen. Hoch. Nein. Ja. Und hopp. 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 Und hopp. Ach. Mit dem hier mal. Wow. Wow. Wo schießen die? Ich seh es nicht. Ich seh es nicht. Ich seh es nicht. So. Nahladen. Aufstehen. Da hoch. Und X. Oh. 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 Nein. Da oben waren noch so viele. Oh komm. Das geht so nicht. Dreimal jetzt an der selben Stelle gestoppt. Ich war wieder so schnell. Puh. Ist echt fies. Die Ecke da oben. Wir müssen da oben hoch. Weil. Die ärgern uns da oben schon gewaltig. So. Als wir da rein. So. Nahladen. Ja. Ich weiß doch immer. Ist der Panzerfahrsturm. Die kümmern wir uns mal jetzt hin. Ja. Ist denn unten nicht auch welche? Nein. Jetzt ist es nur die Grenzen. Okay. Nächster Versuch. So. Wow. Klasse. Da unten ist jetzt auch Gegner. Au. Leg dich schlafen. Wo ist da der nächste? Das ist doch mal irgendwo einer. Ich weiß es doch. Oh. Aber. Da unten ist einer. Ich hab Angst. Ich will da nicht hin. Wo ist der? Ich seh ihn nicht. Ah. Da sind sie. Wo ist der da? Der wird da irgendwo da. Da unten. Da unten ist das sein. Aber ich seh ihn gar nicht. Aua. Dann wo? Aha. Okay. Der war mehr undurchsichtiger als andere. Aber egal. Wo ist da nochmal einer? Hm. Da sind nur oben alle. Wann ist das doch, das ist doch das. Untertitelung des ZDF, 2020